Ich war so raus von der Hülle, wo das Unwetter Äste Baustände angestellt hat. Ich fing an die besten Stücke reinzuholen, habe einen Holzstoß gemacht, dann habe ich trockenes Gras durch die Blätter gesucht, unten eingestopft, zwei Hörmarten über Kreuz aufgestellt und oben drauf als Spießbraten die Haxe. Und dann habe ich Steine gesucht, diese kleinen, diese kleinen weißen Steine gesucht. Funken schlagen, wenn wir sie aneinander wecken. Vielen Dank, habe ich das natürlich gefunden und habe angefangen, sie aneinander zu leiden. Die Geflucht in der Steuer. Die Geflucht in der Steuer. Ja. 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 Ich suche Salz, denn in den Hörigen findet man manchmal Steinzeit. Ich suche und finde Salpeter. Das ist Brauchwald. Hat vielleicht danach, oder danach auf dem Feuer vielleicht explodiert und etwas bitter schmeckt, aber das macht nichts, das macht nichts. Ich pass schon auf, ich pass schon auf, ich pass schon auf. Ich stopfe also einige Potten Salpeter in die Kerben, Brutzröcke, Rele weiter, ziehe, Andrea am Spieß. Einige Minuten später tatsächlich. Ich pass schon auf, ich pass schon auf, ich pass schon auf, ich putzele. Und immer weiter, immer weiter, ziehe und drehe und spieß. Der Rauch verzieht sich und ein Duft steigt auf. Was heißt ein Duft? Ein himmlischer Duft, mein Lieber. Nach einer Stunde wird der Duft immer köstlicher und... Ein himmlischer Duft, mein Lieber. Mein siehskooooooaang! ARD Text im Auftrag von Funk